Musik Schienennamen verpflichtet. Im Alpinen Skirenzirkus ist er einer von den drei Oberwallisern, der mitfahren tut. Vor gut zwei Wochen war der Saisonauftakt in Sölden. Heute ist er im EISCH hier zu Gast. Herzlich willkommen, Elia Zurbiken. Herzlich willkommen, eure Zuhörer und Zuschauer bei Ewa De Heima. Elia in Sölden mit Agitette war gut unterwegs und dann ist ein Missgeschick passiert. Ja, ich bin eigentlich für das Start nur noch mal gut ein Weggekommen. Ich bin relativ gut gefahren. Aber nach dem Hangdry hat es doch geschittelt. Die Piste ist doch nicht mehr so gut gewesen. Und die Fahrfehler, die ich gemacht habe, hat es einfach nicht mehr vertreibt. Und durch das bin ich nachher ausgeschieden. Es ist relativ ein langer Unterbruch bis zum nächsten Rennen. In Amerika, in Wiverki, glaube ich. Wie verbringt man die Zeit jetzt von Sölden bis Amerika? Wie läuft es weiter, das Programm mit dir? Wir haben sicher jetzt noch mal einen kleinen Akondiblock gehabt. Danach gibt es noch mal Skitraining. Und dann geht es Richtung Norden. Auf Schweden, wo wir ein Trainingslager haben. Danach auf Levy, wo Europa gebrennen sind. Und dann erst auf Amerika. Also es ist auch immer etwas zu tun. Und ich bin sicher ein Trainingslager. Plus eben Europa gebrennen, wo wir noch fahren. Also es war eine lange Saisonvorbereitung. Und immer noch. Wie hast du auf diese Saison vorbereiten? Sehr gut. Ich habe eine super Vorbereitung gehabt. Es hat oft gepasst. Sicher oft besser gewesen als letztes Jahr. Durch die Spitzansport RS habe ich eine super Vorbereitung gemacht im Konditionsbereich. Und dann hatten wir sicher super Lager in Südamerika. Es ist ein neuer Cheftrainer mit Tom Staufer. Wer jetzt am Tieren tut. Merkt man das auch als Fahrer, als Reisendal am Fahrer beispielsweise? Man ist viel dabei an einer der ruhigen Art, die sicher das ganze Team ein bisschen beruhigt. Die sicher eine gewisse, die Ruhe reinbringt, wenn es mal hektisch wird. Wenn es mal Nervosität reinkommt, irgendwie. Und jetzt hoffe ich mal, dass es mal eine gewisse Zeit, die da ist und das Ganze stabilisiert. Veränderung im Trainerstopp. Es gab zwei Veränderungen im Training im Vergleich zum letzten Jahr. Abgehörter, was die Spitzansport RS hat es absolvieren mag gelingen? Nein, eigentlich nicht. Also auf der Skit ist ziemlich viel gleich geblieben. Mein Trainerstab ist eigentlich sonst genau der gleiche wie letztes Jahr. Es ist der Tom, der gewechselt hat haltig. Und sonst ist eigentlich alles ziemlich gleich geblieben. Eigentlich auch gut so. Es war sicher nicht alles falsch letztes Jahr. Vor zwei Jahren hat es eine kleine Veränderung im Materialsektor mit den Taierungen, mit den Rieselalamskitaierungen. Mittleräuer sind gut zwei Saison damit gefahren worden. Was sind deine Erfahrungen daraus? Es braucht sicher mehr, um die Ski umzubringen. Das heisst eine bessere Technik. Du kannst dir weniger Sachen erläuten. Du musst vieles über erfahren. Und das ist mir zum Teil entgegengekommen, aber wenn die Arztmaterialien nicht alles zusammenstimmt, dann kannst du machen und tun, was du willst. Dann kannst du einfach nicht nehmen, weil der andere passt einfach besser zusammen. Und dadurch ist es sicher alles ein bisschen schwieriger geworden, aber auch interessanter für mich. Vor zwei Jahren war ja eine grosse Veränderung im Materialsektor. Vor zwei Jahren war dein Einstieg in den Weltcup. Hat es einen Zusammenhang, eine neue Taierung, ein neues Glück und auch Elia zu urspringen im Weltcup? Ja, das ist schon so. Also ich weiss nicht, bevor diese Änderung des Materialseins war ich total dagegen. Also ich habe mich recht aufgeregt, dass jetzt da die ganze Änderung kommt. Und vor allem damals hat man in ein Fissrennen noch andere Ski davon gefahren, wie nachher im Weltcup und Europacup. Und dadurch habe ich nie richtig gewusst, welchen Ski ich jetzt fahren soll. Aber nachher habe ich mich, glaube ich, für die richtige Variante entschieden und immer auf den Weltcup-Ski oder Europacup-Ski vorbereitet auf die Saison und dann ist alles aufgegangen. Wieso, weiss ich jetzt auch nicht. Es ist mir oft entgegengekommen mit diesen Ski, aber dass es gerade so aufgegangen wäre, hätte ich mir nie vorgestellt. Kann man sagen, Elia zu urspringen ein bisschen kleiner Ted Ligeti oder zumindest ein paar Hellen sind ersichtlich. Der Ligeti hat auch eigentlich reklamiert gegen diese Änderung. Der Ligeti hat in Sölden auch nicht unbedingt einen guten Auftrag gehabt. Keine Ahnung, dass wir das schon weit hergenommen haben. Es sind ja noch viele andere, die dagegen sind von diesem her und viele andere, die nicht gerade den beste Start haben. Der Ligeti ist einer der besten Fahrer, also wenn nicht der beste Riseslalomfahrer. Und ja, man eifert immer ein bisschen Monat. Ich meine, das ist der Massstab vor allem. Oder er und der Hirscher. Und durch das wäre es doch eh gewagt, mich mit ihm zu vergleichen. Ja, dieses Jahr in Sölden im Auftrag ist der Hirscher vor uns. Ist er stärker geworden und er liegt er schwächer? Oder was siehst du den Zweikampf? Der Ligeti hat sicher nicht zwei super live gehabt. Im Zweiten hat er noch einen riesen Fehler gemacht. Und der Hirscher ist ganz klar, dass er zwei super live gefahren ist. Und wenn so ein Kaliber von Athleten, so zwei super live gelingen, dann ist es einfach schwierig, da noch schneller zu fahren. Das Ziel ist sicher immer noch schneller zu fahren. Was ist dein Saisonziel? Sicher die 30 zu knacken. Die 30 mehrmals sind die 30 im Weltcup zu fahren. Und durch das habe ich dann auch in der 30 etablieren Endesaison. Ich musste sicher den Europacup noch mitziehen, weil ich doch relativ weit hinterher noch starten musste. Ich musste über den Europacup nochmals versuchen, die Fisspinkten zu bringen, damit ich dann auch im Weltcup eine bessere Startposition habe. Tizior, der grosse Name heisst Wail. Die Weltmeisterschaft in Wail. Letztes Jahr war es in Sochi. Tizior Wail. Wie stehst du zu diesem Anlass zur Weltmeisterschaft in Wail? Ich würde sicher gerne gehen, aber es ist nicht primär das Ziel. Ich muss gut Ski fahren. Und wenn ich gut Ski fahren, dann sind die 30 im Weltcup möglich. Und wenn das möglich ist, dann ist vielleicht auch ein Start in Wail möglich. Aber grundsätzlich müssen wir einfach mal zuerst gut und schnell Ski fahren. Das gilt sicher für das ganze Schweizer Islal am Team. Wie ist das Team vorbereitet? Wie siehst du die Stärke oder die Schwäche des Teams? Seid ihr stärker oder ähnlich oder gleich? Wir haben sicher ein gutes Team zusammen. Mit dem Pleist, wo man sieht jetzt, dass er mit Läuftbest seit dem Zweitlauf voll dabei ist. Die Janks, die auch wieder dabei sind. Das ist der Gino und ich, die sicher auch meinen Pleist mithalten können, die in Zweitern nicht gleich so einen guten Auftakt hatten. Wir haben sicher ein super Team. Leider ist der Domi-Tummler, der verletzter ist, der jetzt pausieren musste. Aber wir sind sicher ein super Team mit dem Reisenslalm. Und jetzt kommen sogar noch Slalomfahrer dazu, wie Murisier und Ramon. Und Murisier haben wir gesehen, dass er doch auch ein starker Reisenfahrer ist. Es war interessant, wie genau Murisier, der Slalomfahrer, ist hauchdünn hinter dem Janka gewesen. Also fast der beste Reisenslalmfahrer gewesen. Wie beurteilst du das? Er ist schon immer gut reisengefahren. Das darf man nicht vergessen. Schon vor der Verletzung hatte er doch auch einige super Resultate im Weltcup. Ich weiss nicht mal genau was. Aber er ist schon immer gut reisengefahren. Er kann sicher jede Disziplin schnell Ski fahren. Und darum ist es nicht so extrem überraschend. Aber es ist doch auch super, dass dann nochmal ein anderer kommt und euch mitfährt. Herbert, so etwas wie Murisier, wie die Walliser-Verstärkung von dir. Ansonsten bist du der einzige Walliser im Mündner-Team. Wie lebt es sich das so? Ich habe mal gesagt, es sei auch schön, dass er wieder auf Reisenslalm kommt. Ich bin ja ziemlich alleinig. Aber nein, wir sind super im Team. Wir sind alle super Typen und die Stimmung ist gut. Von dem her passt es eigentlich auch so super. Der Murisier wäre eigentlich eher so ein bisschen ein Schnellstarter gewesen mit seiner Karriere. Mit 18 war er einfach, wenn nicht der weltbeste Junior gewesen. Jetzt hat er ein bisschen mit Verletzungen gebacken. Ich habe jetzt zurückgeworfen worden. Du selber, ich bin fast umgekehrt weggegangen. Du bist mit 23, glaube ich, in einem LKB gekommen. Oder 22. 22, ja. Auf jeden Fall relativ spät hast du aber dann sofort Füße gefasst. Zum Umgekehrt hast du beim Bleisch oder beim Tunnel. Die sind relativ schnell im LKB gegangen. Die haben aber lange gebraucht. Ja, wie gibt es das, dass einer früher da ist, einer später. Einer sofort packt, einer weniger. Das ist alles anders. Jede Person ist verschieden und jeder macht seinen eigenen Weg. Es gibt sicher diese super Talente, die auch in Murisier dazu gekehrt, die durch Verletzungen zurückgeschossen ist worden. Die haben schnell den Weg gemacht. Und dann gibt es andere. Die müssen halt mehr Erfahrungen sammeln. Die brauchen vielleicht körperlich ein bisschen länger. Da gibt es jenste verschiedene Einflüsse, die kommen und die ihre Karriere ausmachen. Und ja, ich habe die Saison weggegangen. Und der Murisier der und der Bleisch und der Dummler gehen einen anderen Weg. Und jeder macht China. Wobei, wenn ich die Resultatliste anschaue, meiner Meinung nach, hast du im zweiten oder dritten Weltkabys bereits in den ersten 30 gefahren. Das haben viele andere nicht gebraucht. Auch in Svindal, bis er das erste Mal im Podest war, hat er glaube ich 19 Rennen gefahren. Also von da her gesehen, ist jetzt fraglich, bist du ein Spätsünder oder bist du sofort eingeschlagen? Wie siehst du das? Ähm, ich weiss nicht. In der Saison, in der ich das erste Mal beim Weltcup fahre, als ich den ersten Einsatz hatte im Weltcup, hat ziemlich viel zusammengestimmt mit mir. Über Material zum Kopf, zum physischen. Also da ist einfach alles, was zusammengestimmt hat. Und darum war das auch, glaube ich, möglich gewesen. Ich bin ja auch relativ unbeschwert an diese Rennen gegangen, weil ich davor eigentlich, ja, anfangs Saison nie gerechnet damit habe, dass ich mal im Weltcup gefahren werde. Einmal in dieser Saison noch nicht. Und danach konnte ich einfach drauf losfahren. Und diese Unbeschwertheit hat vielleicht mir auch geholfen, dass ich dort zweimal direkt schon bei drei gefahren bin. Aber ja, das sind Erfahrungen und Einstellungen und Sachen, die man machen muss und die jeder anders ist. Mittlerweile bist du 24-Jährige. Mit dem Ziel dieses Jahr die ersten 30, dich hier zu etablieren. Was ist denn so längerfristig deine Karriere, deine Vorstellungen von Ziel erreichen? Ich wollte sicher zu den besten Ski-Fahrern der Welt kommen, also zu dem Kreis kommen, den man nachher unter den Favoriten sieht. Also, ich stelle mir jetzt nicht irgendwelche Medaillen oder so, einen Vordergrund, weil, keine Ahnung, das schränkt einer uns schlussendlich ein bisschen. Aber ich will einfach gut und schnell Ski fahren. Und das wollte ich eigentlich schon immer. Und wenn ich das erreiche, dann bin ich sicher nicht der Weg vom Fenster. Auf dem Weg bist du als Profi, kann man sagen. Skiprofi. Wir wissen, das Publikum weiss, Skirennen, Einsätze, Wettkämpfe, Training. Wie läuft es denn so in der anderen Zeit ab, neben Training und Renneinsatz? Das Jahr hat 365 Tage über einen Spitzensportler. Was läuft denn so im Alltag von einem Spitzensportler ab? Wie sieht das uns? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ziemlich viel Training halt. Das ist ja schlussendlich ein Job, oder? Und nebst dem Training bleibt halt nicht mehr so viel Zeit. Und dann haben wir dann halt Hobbys und Kollegen und Zeit, die man schon nimmt. Und ja, solche Sachen, die man da aussieht. Wenn ich an die IO-Fahrer oder auch an alle Jugendlichen, die eine Sportart betreiben, die träumen alle von Beckhagen, von Birmin, von Federer und so weiter. Ist es ein Traumprüf, jetzt wenn man da rein ist, einmal nachträglich? Ähm, sicher. Also, ich wollte immer Ski-Fahrer werden, seit jungen. Und eine Zeit lang habe ich nicht einmal daran geglaubt, eigentlich, weil ich halt recht weit zurück war. Und jetzt muss ich sagen, es ist wirklich ein Traumprüf. Es ist mit viel Up und Downs verbunden. Also, es ist nicht immer einfach. Es fordert viel Disziplin im Training und so. Und danach... In einem Wettkampf gibt es halt eigentlich fast mehr Niederlagen als der Erfolg. Weil die Erfolge sind... Wenn du einen Erfolg machst und danach kommt ein Rennen, wo du bloß ein bisschen weniger gut bist, relativiert alles wieder. Und dann hast du das Gefühl, das war wieder nicht mehr so gut. Obwohl das eigentlich nicht schlecht wäre gewesen. Ähm... Ja, du musst mit Niederlagen und Erfolgen umgehen können. Ja... Und das macht es nicht einfach. Aber es ist sicher immer noch mein Traumjob. Du hast es selber erwähnt. Du hast seit langem gar nicht mehr richtig tragisch gelobt. Hast du es jetzt doch geschafft, eben als Profi mit dabei zu sein im Weltcup-Zirkus. Wie reagiert hat... Oder wie hat das Umfeld reagiert, nachdem es du doch noch gepackt hast? Ich meine, es sind viele Altersgenossen in deiner Zeit Junioren gefahren, Fiesrennen gefahren, Io gefahren. Schlussendlich hast du ein Stück geschafft. Du bist der Erkorene gewesen. Alles Erkorene, kann man auch sagen. Wie haben die reagiert? Ja, unterschiedlich. Ähm... Ich weiss auch nicht... Äh... Häufig haben halt auch Pech gehabt. Mit Gesundheit und allem drum und dran. Und ich hatte halt jetzt mal Glück und sicher auch die Ausstür. Aber ein paar waren doch recht erstaunt, dass jetzt ich dann oftmals da oben bin. Und ein paar haben gesagt, man hat es eigentlich schon gesehen, aber auch nicht gerade weiss Gott, wie erwartet und so. Und... Aber... Ähm... Ja... Das... Das ist nicht gross, ja. Weiss auch nicht. Im Vergleich zum Svindal, wenn ich das so anschaue, oder auch immer Hirscher, scheint es eher ein bisschen schlanker zu sein. Athletisch weniger auf der Höhe von denen. Ähm... Trotzdem ist der Weltcup ein ernsthafter Konkurrent von jedem Weltcup-Fahrer im Riesland. Ja... Wie gehst du damit um? Wie tust du das an? Wie wertest du das? Ähm... Das zusammenstimmt auf den Schi mit allem drum und dran. Und... Von dem her... bringt es euch nichts, jetzt da irgendetwas zu erzwingen, was nachher vielleicht nur kontraproduktiv wäre. Deinem Vater ist ähnlich gegangen eigentlich. Er ist in einem Skizirkus gekommen, eher als ein schlachsiger Jüngling. Anscheinend scheinst du die Igiene von ihm vererbt zu haben? Ja, ich weiss nicht ganz. Ich habe eher das Gefühl, das habe ich von der Mutter. Der Vater ist dann nachher doch ein paar Kilo mehr geworden als ich in meinem Alter jetzt. Aber, ähm... Ja, er sagt auch immer, er sei als dünner Sprossling irgendwie am Beruf gekommen und hat sich dann auch durchgekämpft. Ich soll immer nur die Zeit nehmen. Ja, das mache ich jetzt auch. Das probiere ich eigentlich. Das ist eigentlich schon der Tipp, den es braucht. Ich meine, es bringt nichts, darüber nachzustudieren und zu sagen, ja scheisse, jetzt bist du 10 Kilo weniger als die anderen. Du magst dann auch nie nach, so viel und 10 Kilo. Oder schlussendlich musst du gut Skifahren und schnell Skifahren und das ist das, was zählt. Dein Vater ist natürlich auch immer wieder ein Thema, weil er wirklich einen, wenn nicht sogar der beste Skifahr aller Zeiten war oder immer noch. Er lebt ja bestens. Wie gestern damit um die Medien, wie z.B. jetzt auch mal Radio Rotte dich ansprechen würde auf deinen Vater. Mit der Zeit wird es ein bisschen mühsam, immer wieder mit ihm angesprochen und verglichen zu werden. Nein, mühsam wird das, glaube ich, nie. Weil das ist mein Anvater und ich bin sehr stolz auf meinen Anvater. Also, ich meine, das, was er erreicht hat, das hat kein anderer erreicht und das macht mich doch sehr stolz. Aber schlussendlich muss ich meinen eigenen Weg gehen. Ich versuche meine Karriere zu machen und wenn es nicht sein soll, soll es halt nicht sein, weil so etwas nah zu machen ist eher unmöglich. Ist es nicht auch in Belastung, wenn man immer wieder vergleichen wird eben von Journalisten, die vielleicht nicht regelmässig im Skizirkus mit dabei sind und die vergleichen alle immer wieder Zahlen und Fakten und nicht Menschen? Ja, ich meine, die Zahlen und Fakten habe ich auch im Kopf. Ich meine, ich weiss, dass der Papa hat, glaube ich, mit 1 oder 22 hätte er den Gesamtwert gegeben gewonnen. Ja, dafür bin ich jetzt schon zu alt. Also, von dem her ist es, äh, ist es, äh, ja, surreal oder keine Ahnung. Und, äh, sinnlos, da gleich zu vergleichen. Und, äh, wie gesagt, ich mache meine Wege. Und, äh, er hat China gemacht. Und, ja. Und, was sind die Schnittpunkte von zwei Wegen? Wie viel Einfluss nimmt er? Wie viel hat er dir helfen können? Wie viel hat er dir mitbringen? Oder mitgeben? Und, macht es noch immer? Ähm, ja, sicher habe ich ein paar Gene von ihm hoffen jetzt mal. Ich schätze ihn. Ja, hoffen sie. Aber, ähm, ja, dann sicher in einem jungen Jahr ist er, äh, viel mit Isch Ski fahren kann. Er war, äh, ganz, äh, ganz kleinabend. Er war noch Trainer von Isch. Und, äh, ja, ich erzähle immer. Er, äh, lässt mich die Zusammenarbeit mit den Trainern machen. Aber er tut den gleich. Er nimmt schon gleich die Zeit und sitzt einmal mit mir zusammen. Und dort, äh, mit mir darüber diskutieren, wie, wo, was, was könnte man vielleicht besser machen. Er schaut einmal ab und zu ein paar Videos mit mir zusammen. Aber, äh, eigentlich so, dass, äh, die Trainer noch die Halbdarbeit machen und das ist eigentlich so. Und sonst wäre ja noch die Mama da. Die ist immerhin Skilehrer. Die könnte dir ja auch Technik vermitteln. Ja, 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 die probiert es auch immer wieder. Aber, ja, langsam seht es auch besser, was, was ist. Ähm, ähm, damals war ich nicht immer einverstanden mit dir als Meinung, aber langsam kommt es. Also, Ski hat, äh, da kann ich es auch entwickeln. Langsam seid ihr alle auf dem gleichen Nenner. Jawohl. Freizeit ist ein Thema. Die ist wahrscheinlich sehr erorben, wie ein Spitzensportler. Gibt es die überhaupt mit dir? Ja, ja. Also, ähm, das ist sehr wichtig, dass man sich, äh, die Zeit nimmt, uns ein paar Hobbys auszuheben. Also, ähm, es ist wichtig, dass man auch eine Abwechslung bekommt, oder? Und, weil sonst, äh, nur im, ähm, immer im Sport, in einem Gedanken, im Sport zu bleiben, ist, äh, ja, das, äh, ist, äh, äh, hindern, also, so weiterzukommen. Was gibt es da so für Freizeitbeschäftigungen? Was unternimmst du? Ja, ich bleibe sicher gerne auch im Sport. Ähm, ich tue sicher gerne auch Hockey spielen, äh, Tennis spielen, Fussball, Golf und vor allem. Aber, ähm, wir haben, äh, mit, äh, mit meinem Bruder, mit Cousin, in der Familie, zusammen, ein paar Kollegen, noch zu spielen, ab und zu zusammen, ein bisschen Musik, und das ist, äh, äh, eine coole Abwechslung. Ist es vielleicht sogar mal eine Alternative im Leben danach? Also, an dem Spitzensport, meine ich? Ja, für einige vielleicht schon. Für mich im Moment noch nicht. Ähm, ja, im Moment ist es doch eher, ein, äh, einfach eine freie, zusammen mit der Musik zu spielen. Immerhin, habt ihr schon einen Auftritt im Ausland auch schon gehabt? Ja, ähm, wir haben zusammen, mit ein paar Kollegen, noch ein Usterchen mitnehmen, dann sind wir zusammen auf Ägypten gegangen, in ein Hotel, und, äh, ja, in einen Robinson-Club, und da konnten wir dreimal auftreten, und das war eine coole Sache gewesen, und wir haben, ja, das sind so, also es sind einfach, äh, schöne Erinnerungen, und schöne, ähm, eine schöne Abwechslung nebst dem Sport. Also eine echte Häusmusik, es gibt bereits eine Häusmusik, äh, aus Eckerberg, allerdings wie in einer anderen, also schon in der Musik, aber in der Ländler-Branche, ihr werdet eigentlich eher in der Popmusik anzielen, oder nicht? Ja, ich weiss nicht, wie man ischer Stilrichtung sagt, ähm, aber schon in der Pop, irgendetwas, wo, ähm, wir schreiben häufig eigene Songs, ähm, die ein paar Reden kommen und so, aber, äh, hauptsächlich versuchen wir unsere, unsere eigenen, äh, äh, Songs, äh, zu entwickeln, und weiterzubringen. Wir schreiben eben eigene Songs, und ich hoffe natürlich, also in Zukunft der Elia Zurbig noch seine eigene Geschichte im Ski-Rennzirkus im Ski-Weltcup kann zu schreiben, dazu wünschen wir natürlich viel Glück, viel Erfolg, und natürlich speziell im nächsten Anlass in Amerika ein Beaverkick, bereits da schon vielleicht eine richtige Portion Wettkampfgelick. Das wäre es gewesen, Dankeschön für die Süßlöge, für die Süßlöse, Dankeschön für die Melia Zurbig in Virginie. Auf Wiedersehen.